Hallo liebe Paramotor-Freunde! Wir haben heute die Post aus Norwegen bekommen. Was in die Pakete drinnen ist, das zeigen wir euch jetzt. Aber wir haben heute die Post aus Norwegen, eine Pf mínstigende Woche, und zwar dann in der top Grain. Die Post aus Norwegen kann ich nur noch etwas boys, oder? Nein, also, ich noch nicht mehr als die Mittel estos. Schatz zu verwenden. Ja, der ein oder andere hat sicher schon erkannt, wir tauchen ein in die Welt von Starseed. Wir konnten den Starseed X und den Starseed XF bereits fliegen. Was diese beiden Rahmen so besonders macht, bzw. welches Modell der Hersteller aus Norwegen in Kürze präsentieren wird, das lesst ihr in Paramotor Ausgabe 2 2021.